Musik In der kalten, unberührten Antarktis befindet sich der Lebensraum kleiner Krustentiere. Der antarktische Grill. Grill ist reich an Omega-3-Phospholipiden und den natürlichen Antioxidants Astaxantin. Antarktisches Grillöl stellt die weltweit reinste Omega-3-Quelle dar. Antarktischen Grill findet man in großen Mengen rund um den antarktischen Kontinent. Die geschätzte Biomasse von antarktischem Grill ist zweimal so groß wie die gesamte Weltbevölkerung. Traditionelle Schleppnetzfischerei wird bei Grill nicht angewendet. Der hohe Stressfaktor würde in diesem Fall den empfindlichen Grill zerstören. Um unseren Kunden das bestmögliche Produkt anzubieten, arbeitet Tienz mit Acker Biomarine zusammen. Einem weltweit etablierten Hersteller in der Grillindustrie. Zum Ernten und Verarbeiten von Grill hat Acker Biomarine eine neue Technologie entwickelt und patentiert. Das Schleppnetz packt dabei während des fortlaufenden Erntevorgangs stets unter Wasser. Am Netz ist ein Förderschlauch angeschlossen. Ein gleichmäßiger Wasserstrom fließt so durch das Netz und bringt lebendigen, frischen Grill direkt an Bord des Schiffes. Auch verhindert diese neue Technologie den unerwünschten Beifang anderer Tieren. Acker Biomarine arbeitet eng mit dem WWF Norwegen zusammen, um den nachhaltigen Umgang mit den antarktischen Ressourcen zu sichern. WWF Norwegen hat eine Partnerschaft mit Acker Biomarine gegründet, um ein umweltfreundliches Ernten von Grill im Süddozean zu sichern. Acker ist ein proaktiver Partner und hält sich an alle erforderlichen Artenschutzmaßnahmen. Zusätzlich engagiert sich Acker auch in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Der Marine Stewardship Council hat Acker Biomarine das Zertifikat für nachhaltige Fischerei verliehen. WWF ist stolz darauf, eine Partnerschaft mit Acker Biomarine zu haben. Wir sind uns sicher, dass diese Kooperation zum Artenschutzerhalt im Süddozean beiträgt. Eine moderne Produktionsanlage an Bord der Acker Biomarine Schiffe verwandelt Grill in hochwertige Produkte. Nichts vom wertvollen Grill geht dabei verloren. Tienz Omega-3-Grillöl wird aus einer bestimmten Grillart produziert. Es ist das derzeit einzige Omega-3-Produkt mit einer 100%igen Rückverfolgbarkeit. Acker Biomarine kann jedes Produkt zu genau der Position zurückverfolgen, wo der Grill geerntet wurde. Acker Biomarine hat ein eigenes wissenschaftliches Programm ins Leben gerufen. Studien zeigen die Vorzüge der Omega-3-Phospholipide, die durch das starke Antioxidant Astaxanthin geschützt werden. Forschung und klinische Studien beweisen die positive Wirkung des Tienz-Grillöls auf unsere Gesundheit. Omega-3-Phospholipide sind von Natur wasserlöslich. Omega-3-Triglyceride, die im Fischöl vorkommen, sind dagegen nicht wasserlöslich. Grillöl als Nahrungsergänzung wird deswegen komplett im Magen aufgenommen. Es ist gut verträglich, rückflussfrei und hat keinen Fischnachgeschmack. Die Omega-3-Phospholipide in Tienz Omega-3-Grillöl werden leicht vom Körper verarbeitet und von den Zellmembranen aufgenommen. Antarktischer Grill steht am Anfang der Nahrungskette, hat einen relativ kurzen Lebenszyklus und lebt in unberührten Gewässern. Daher ist Tienz Omega-3-Grillöl essentiell frei von Schadstoffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017